Von irgendwo? Nein. Na, wenn das mal gut geht. Am Dienstag um 20.15 Uhr erst Wedding-Date und danach das romantische Road-Movie auf die stürmische Art bei Super RTL. Excalibur ist verschwunden, ich muss losziehen und es finden. Das ist eine Aufgabe für Ritter, nicht für ein junges Mädchen. Aber ich will ja ein Ritter werden. Eine junge Heldin. Drachen! Auf der Jagd. Oh nein! Nach dem sagenhaften Schwert. Ich muss das Schwert finden und es Arthus zurückbringen. Das magische Schwert. Die Legende von Camelot. Jetzt! Komm schnell, gleich fängt die Sendung an. Viel Spaß, wünsche Paula von Dr. Oetker. Komm schnell, gleich fängt die Sendung an. Untertitelung des ZDF, 2020